Hi, ich dachte, es ist wieder Zeit für Ask Amelie. Kurz, ah, ah, immer noch sehr charmant, wie ich finde. Und ihr konntet mir Fragen stellen unter dem Hashtag AskAmelie. Und dafür fangen wir jetzt an. Bitte, please, let's roll. Beschreibe dich doch mal in einem Satz, der genau aus 13 Wörtern besteht. Okay, ich bin sehr, 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 sehr. Erzähl mal eine geheime Sache, die sonst keiner über dich weiß. Ihr wollt Geheimnisse über mich wissen? Ich habe da so ein paar Geheimnisse, aber ich weiß nicht, ob ich die euch erzählen soll. Ich meine, eins kann ich euch hier, obwohl, das ist so privat, ich weiß nicht, ob ich euch das erzählen sollte. Ich erzähle es euch einfach, okay? Achtung, Achtung. Ich bin eigentlich ein Papier. Aber pscht, es bleibt zwischen dir und mir, okay? Welches Möbelstück würdest du sein wollen? Ich wäre gern ein Bett. Jeder liebt Betten, das ist der Grund. Betten sind cool. Körbchengrüße? Ich verrate sie euch. Spitzt eure Ohren. Achtung. Ihr denkt doch nicht wirklich, ich erzähle euch meine Körbchengrüße, ihr Doofis. Würdest du was mit Kelly Acker am Mrs. Vlog machen? Ja, ich liebe diese Frau so sehr. Die ist in meinem Herzen und ich würde so gern was mit der machen. Schreibt der mal alle, dass sie was mit mir machen soll. Das würde sie 100% nie machen, wenn ich das jetzt hier in diesem Video sage. Aber sie ist cool, ich mag sie voll gerne. Wie groß bist du? Ich bin 2,10 Meter. Okay, war gelogen. Was würdest du tun, wenn dein bester Freund ein rosa Marshmallow ist, du auf den Weg durch einen buntenen Schokoladenwald gehen musst, um ihn zu besuchen und dabei in einen Karamellfluss fällst? Ich weiß nicht, was mit dem Satzbau bei dieser Frage falsch läuft, aber es hört sich nach sehr viel Süßigkeiten an. Und bei Süßigkeiten gibt es nur eine richtige Reaktion und zwar Essen. Essen, 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 Essen. 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 Hattest du nicht mal einen Gaming-Kanal? Ja, ich hatte mal einen Gaming-Kanal. Ich habe immer noch einen Gaming-Kanal. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Heißt Miss Glados, falls ihr den nicht kennt. Aber da kommen jetzt nicht mehr so viel Gaming. Ich bin nämlich momentan leidenschaftliche Twitch-Streamerin. Das heißt, ich mache Let's Plays live auf Twitch. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Vielleicht interessiert es euch. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr euch vorbeiguckt. Würdest du lieber deine komplette Zukunft oder Vergangenheit wissen? Wenn ich so ein Buch hätte, wo meine Zukunft drin steht, dann würde ich es bis zur letzten Zeile und zum letzten Wort lesen. Das wäre die größte Strafe für mich. Wenn man mir so ein Buch gibt und sagt, hä, das ist aber nicht lesen. Das wäre, das wäre Arschlauchmäßig. Das wäre voll fies. Eure coolen, lustigen, interessanten Fragen auf YouTube, Facebook, Twitter stellen. Übrigens Facebook. Wir sind so kurz davor, 1000 Likes zu knacken auf meiner Facebook-Seite. Seid der tausendste Liker und gewinnt nichts. Wie immer. Lacker, flackig geht das. Klar. Und ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.